Ich bin Clemens Mand, ich komme ursprünglich aus Bonn, habe bei den Rheinstars in Köln MBWL gespielt und bin von dort aus hier nach Stade gewechselt. Das hier ist jetzt schon meine zweite Saison und ich lebe auch hier in Stade in der WG mit Ito und Levi zusammen. Neben Basketball, ich habe auch letztes Jahr nebenbei noch ein bisschen Kindertraining hier im Verein gemacht, aber das habe ich jetzt sein lassen, weil jetzt halt die Prüfungen in diesem Jahr kommen und da möchte ich mich komplett auf Basketball und auf Schule konzentrieren, dass ich das beides gut hinbekomme. Einige Leute denken, dass ich besonders gerne Yoga mache oder mich besonders gerne stretche, was aber nicht stimmt, denn ich mache das nur, weil ich Verletzungen am Knie hatte, wo jetzt die Heilung voraussetzt, dass ich mich sehr viel stretche und halt sehr Acht gebe auf meinen Körper. Deswegen mache ich sehr viel für meinen Körper und ernähre mich sehr gesund und dehne mich sehr viel. Ja. 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 Ja.